Hallo Hm? Hoi Du diese Scheiße Ich muss ja mal mit dem Hund gehen Kacke Kacke Komm hoch Hier bin ich Ja komm hoch Warte Hast Blöcke? Ja habe Hast du jede Wäldchen Tränke? Drei Stück noch Den Wäffel, gib mir mal ein her Warum? Was machst du da? Oder du bist du da? Ach so Warte nur lang Ja was auch hinter dir ist offen Komm her Geradeaus sind alle Spawner Bist du geheilt oder was? Na ja guck mal wieviel Leben ich habe Ich muss in der Gericht gehen Wer war denn zu mir? Einfach nur auf dem Boden Ja genau Oh Ja Ist ok Pass auf Warte Vorsicht Ja ja ich weiß Und die gucken alle Die sind da alle Ich weiß So Die sind alle über der Decke Ich habe die alle angeballert Pass auf Vorsicht geht auf Bei mir ist das halt das Problem Ich habe halt nur eine Kamera dabei Achso Bisschen kacke hier zu zweit ne? Hm Hm Scheiße komm nicht dran Kacke War mir fast schon klar Zu kurze Arme Viel zu kurz Ja Drei Blöcke müssen wir noch vorangehen Mh 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 Warte Warte Ich kann die wieder auf mich hetzen Ach Ja genau deswegen lass mich mal kurz ein Ja ist kaputt Dann lass mich mal hin Dann mach ich so lange weiter, regenerier du dich Wow ich habe kein Essen mehr dabei Mh 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 Wo soll der mh ich sehe die scheiß Böcke manchmal auf dem Boden Ich hab sich in der Jacke vorn mein kleines Fenster gehängt Weil das immer die ganze Zeit bestört ist das Licht Und mir auch voll in die Presse geschiehen Ach du scheiße, wie viele sind denn da mittel Loben ich bin tot ich bin tot ich habe nicht drauf geachtet haben wir noch paar dinge so ist das total schwer weil du musst immer links rechts machen du musst schnell raus gucken dass du guckst und das ist am besten irgendein doch von oben trist du hast nur nur so ein hammer ja ja und ich habe nichts mehr was zu essen ja du bist ein witz bold ich habe jetzt noch 64 mit vonna kaputt dann holt ich hole daneben tränke und so ein scheiß mit ja ich warum bin ich ja ach nee ich habe noch was zu essen jetzt alle dann möchten einmal was damit ich scheiß die tag unterkomme was denn ich hab nichts gehört außer du hast den todesruf gemacht oder zu viel gerüst oder zu viel gelabert gut gemacht ich hab den über dabei wort mein gelabe mein dummes hat aber jeder gerne mein dummes klar glaube ich nicht klar nein doch mein gut wir bräuchten eigentlich fleisch ähnliches zeug oder suppen ich muss jetzt erstmal einmal wasser mitnehmen so maschrumsoup boah wie die hier trotzdem kaputt geht water can aber wir haben kein bug drin müssen wir noch trinken ich nehme nur die splash dinger mit so hier regen zehn stück noch ich nehme jetzt alle mit auch das ist mir sicher regen weichen Das war eigentlich immer schön, wenn die anfangen runterzufallen. Dann ja. Also so runterschweben, so langsam. Die sind echt nervig, die Jungs. Das war ja ein Wassereimer. Was meinst du, warum er die denn genommen hat? Eimer. Boah, jetzt muss ich noch ein Unwärtschwebe hier reden. Wasser. Zumindest bin ich auch schon mal weiter. So, nehmen wir noch ein paar Kartoffeln mit, fertige. Wir haben jetzt Regeneration Tränke mit, ich habe Wasser einmal für Diebdark mit, ich habe Pfeile sowieso noch mit. Und Suppen. Und was noch? Wasser geht doch nicht. Im Diebdark? Na, Diebdark. Ja klar, muss er gehen. Im Darmus ist, wie soll ich sonst runterkommen? Wenn ich runterspringe, habe ich einen Erz oder so. Oh, ich habe gar nicht guckt, wie meine Rüstung ist. Egal. Oh. Meine Füße sind kaputt. Ah, ist egal. Und diese Regeneration, ne? Meine Fresse. Dort, ewig, ne? Na, ewig und drei Tage. Ich vergesse mal, weil ja rechtsklick. Ich habe hier wieder eine Oberfläche, jetzt muss ich da langlaufen. Ich weiß auch nicht, warum sie so nicht so einen Pfad gemacht oder so einen Pfad aktiviert haben, wenn das Ding spawnt oder man die Quest hat. Ja, wäre egal, auch gewesen. Weil der hat ja damals das ja auch gemacht mit diesen Wegen, mit dem Teleport, wo wir da durchgekrammen. Ach, wie doch nicht. Nein. Bitte nicht die Welt kaputt, Mann. Alles klar, schon Regel gebrochen. Wir haben nur das Haus erweitert. Ja, wir. Wir haben einfach nur ein bisschen mehr Platz gebraucht. Ja. War ja nichts weiter. Ja, ich habe mir mal Metal Energy 3 Videos angeguckt, auch jetzt vierer so, ne? Wie die Leute bauen. Die machen das schon ganz nett, ne? Aber die halten sich auch an dem Platz. Aber weißt du was? Juckte mich nicht. Ne, wozu? Ich baue noch teilweise Maschinen da auf, die ich gar nicht kenne. Oder vom Texture Pack her gar nicht kenne. Ist ja so, aber dann könnte... Ja, wer weiß, ob sie nicht da noch was zugemacht haben. Ne, Mods technisch glaube ich nicht. Aber so, hier ist so ein Harvester. Hatten wir glaube ich, haben wir ja auch so unten, diese Maschine, ne? Hab ja. Ja, und der hat halt in der Ding so mit, mit Mushrooms gemacht. Okay. So. Ähm. Ist ja klar, Mushrooms und kann da zusammen machen, kann da sich viele Suppen machen. Ja, ja. Auf Produktion halten. Sowas halt, ne? Ich glaube, du kannst auch mit einer Schere, kannst du glaube ich die Kühe abenden, die Mushroom-Kühe. Was, ich gar nicht. Ich glaube, ja. Damit du Pilze kriegst. Ich glaube, das müsste, sollte gehen. Ich glaube, das ist ein Stückchen. Und außerdem mit den Regeln, wir sind doch eh immer Regelbrecher. Ich spreche auch meine eigene Regelbrecher. Ja. Ich spreche auch meine eigene Regel. Ah! Ab ins Ding da. So. Da bin ich. Guten Tag. Komme. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Fetscher mein Name. Dann ist Letch mein Name. Ja, muss ich echt Regeln generieren. Aber bist du immer noch im Tunnel drin? Ja. Ja, mein Cheat-Tunnel. Wenn ich immer noch, was ich gut drin generiert habe, baue ich mich mal davor. So habe ich das auch mal gemacht. Aber irgendwann habe ich ihm halt aufgepasst, dann hat es der Weg getan. Ne, da achte ich echt drauf. Aber Gott sei. Jetzt dann weiß ich, wie ich da immer hinkomme. Außer hier gerade. So. Ach ja, jetzt sind das ja offen gelassen. Hm? Ja, ist ja offen gelassen. Hi. Hi. Das war nur Healing. Hat gar nicht an das Griff breit. Was soll ich sparen? Naja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Damit du nicht so viel verschwindest. Es macht es jetzt noch, ne? Jetzt habe ich noch einen. Dann lass mich mal. Wenn du jetzt noch am Regeln redest, dann lass mich dran. Wie weit sind wir denn jetzt mittlerweile? Du hast jetzt da drunter gebuddelt oder was? Das ist mein Altergang, stimmt. Ja, ein Altergang ist nun statt für Kiefer. Ja, aber ist ja egal. Ne, wie gesagt, ich hatte nur noch einen Fleisch. Ja, aber hast du jetzt Essen noch? Nein. Nächster. Du bist ein Witz, du kommst jetzt gerade passen. Ne, ich wollte gerade zuschlagen. Lass mich doch essen. Na egal, dann gehe ich wieder. Na, ich versuche mal ein schöner Tunnel hier. Ja. Ich muss den einfach missbrauchen. Dann kriegen wir wieder voll rein, komplett. So lange, kann ich auch ein anderes Hanuta noch essen. Ja, Product Placement, weißt du? Was sagst. Was denn, das sind die, das sind die Milch in Knusper, oder? Weiß nicht so. Ne, Milch in Crispies. Finde ich viel geiler. Okay. Nach diesem anderen Scheiße. Irgendwie Essen. Quark nicht so viel rum. Komm, geh. Ne? Was machst du da? Ja, in Gang. Ich meinte, ich habe kein Essen. Hm? Ich habe doch kein Essen. Oh. Ich dachte, du hast was mitgebracht. Ne. Ja, klar. Ja. Warum auch? Wir nehmen wir hier auch echt alles wieder auseinander, ne? Müsso, ja. Ja, müssen wir nicht, ne? Klar. Müssen wir nicht, aber machen wir trotzdem. Minecraft Privileg. Ja. Alter, dein Hammer, ne? Was denn? Wow, 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 wow. Ich bitte optimizing. Vielleicht tot. Mä, das hitze war das. Hast du die Healing Portion? Hab ich doch noch. Ja, hab ich doch geworfen. Ich hab doch noch welche mehr mit hat. Du und dein Hammer, der gibt mir Columbolog und gegst. ja machst erst mal zehn milliarden blöcke auf mit ja ich mache das auch extra so nein ich hab das mal ein block davor gesetzt wovor und bei mir ja warum sind scheiß doch also meckert hier rum in meinem gang oh scheiße auch 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 er muss ja immer mit einem cut machen oder du machst eben was eben für eine viertelstunde im hund musst du entscheiden ich kann ja du brauchst aber eben auch schon länger weg du wirst jetzt im tor grad habe ich nur wollte irgendwie nur kurz das zu trinken wollen wir kommen schmeißt was essen rein weil dann machen wir gleich kurz ein cut hier oder du machst weiter du hast ja vorher warst ja vorher auch auf wäsche aufhängen was er vorher auf wäsche aufhängen habe ich auch nichts gesagt halbe stunde telefonieren Hund ist auch dringend er bellt die ganze zeit schon du hörst es nicht aber ich hörst die ganze zeit doch gehen wir schon selber gehen ja sonst meine eltern noch okay ich gebe kurz mit dem hund lassen loch jetzt einen kurzen cut machen oder willst du weitermachen ich werde noch so lange weiter machen okay dann bin ich gleich wieder da dann bewegt dich ja bis gleich bis gleich